So, dann suchen wir mal die anderen Echsen. Ich frage mich nur, wo die sind. Hier ist keiner. Na nun, hier ist kein Nebel. Wo kannst du in die Zukunft sehen? Sag mir mal nichts darauf sehen. Ich muss. Ich muss. Ich kann nicht die Zukunft sehen. Meine Kugeln haben. Da haben noch eine für mich. Einen Laubferler für deine Zukunft. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Das ist eine Schlaz in Zukunft. Diese sagt, sei ein guter Freund. Denn es nähern sich gute Feinde. Du wirst Zarob nicht sehen. Was? Aber ich muss? Das Schicksal ändert sich mit jeder Sekunde. Vielleicht hast du jetzt mehr. Noch eine Kugel. Alles klar. Okay. Okay. Mh, mh, mh. Können Sie mir auch die Zukunft voraussagen? Das macht einen lauten Tag. Kann ich auch später zahlen? Mit 20% Zinsen kannst du bei mir einen Glückskredit bezahlen. Oh ja? Brotant. Hm. Du siehst sowieso gleich in einer Flasche. Weh. Nichts. Kreditklinge. Ausgezeichnet. Die Alten sind in Kugeln, welche hier die Zukunft weisen. Dunkle Wolken ziehen über dir auf. Hätte ich ja wissen können. Das Unglück folgt dir. Ja, ja. Ist ja gut. Glück bleibt dir dran. Der ist wohl erst mal mit sich selbst beschäftigt. Glücklich wirst du nicht. Na, es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun können. Okay. Nichts. Schade. Nichts. So ist es. Okay. Radersucht. Pelzflüstern. Grünbuch. Fuchslist. Ich glaube, hier wird keine Tag. Ich bräuchte wahrscheinlich eine weiße Kugel irgendwie. Eine blaue Wuppe. Was für eine tolle Blume. Ich sollte sie nicht pflücken. Ist ja kein Mist. Kizune. Ach. Hallo. Kizune. Wisst du das? Okay, alles klar. Ludwig Gräber. Herr Gräber, ich will... Noch eine Kugel. Die allwessenden Kugeln. Ja, das kennen wir ja alles schon. Ja, ja, ja. Genau. Okay, das geht jetzt auch nicht. Ich brauche irgendwas Kugelförmiges wahrscheinlich. Okay, Kizune will nicht rauskommen, solange der Typ da ist. Äh... Stimmt, was sind wir denn Zwergen eigentlich? Ich komme anscheinend nicht rein. Verschlossen. Verschlossen. Okay. Der Monolith hat vorhin doch irgendwelche Geräusche noch gemacht. Okay, das kennen wir schon. Hier oben ist also auch nichts, ne? Kann ich hier vielleicht auch mal wachsen lassen, für Nüsse? Okay. Kann ich Beere mitnehmen? Auch nicht. Ich muss mir das jedes Mal antun. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wie mache ich die Kugeln weiß? Jetzt werde ich selber zu die Kasche gehen. Eine Flasche brauche ich nicht zum glücklich sein. Schade. Ach, na klar. Bla, 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 bla. Es sagt ja keiner, dass der Pfeffer gemahlen ist. Es ist deine Schuld. Sagt der Kerl, dass das keine Körner mehr sind. Was? Oh, ich dachte, das ist auch Mann. Ich dachte, das sind weiße Pfefferkörner. Kann ich ihm die Flascheibe hinten reinwerfen? Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Selbsttreffen. Stimm. Interessant. Hurra, diese Sarkt-Kanzen. Ha! Verspick mich doch Lässe. Was hat der für die Kugel? Ja, ja. Das größte Glück ist Zahm. Was auch immer Sie wollen. Ich will alles. Einen Sender, eine Taubflüge. Natürlich. Und da ist dann gut. Welch ein Glück. Du darfst Zaroff sehen. Zaroff. Endlich. Ich. Das nehme ich mit. Zwergenwurzelpreis haben wir jetzt noch. Die sind genauso blau wie Blauser. Wer hätte das gedacht? Kann ich die eventuell... Kann ich ihm... Ich habe schon wieder besucht. Ah. Ah, Moment. Er sagt mir meine Zukunft voraus. Ja, ja, kennen wir ja schon. So, jetzt da war der erst mal kurz. Moment. Nimm doch was aus der... Okay. Okay. Okay, jetzt los. So, und Klappe zumachen. Mach die Klappe zu. Ich muss doch irgendwie die Klappe zumachen können. Okay. Okay, schöne Blume. Okay. 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 Ich frage mich, wie kriege ich die Klappe zu. Okay. 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 Ah, okay. 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 kann ich ihm die jetzt einfach mal so ich glaube ich muss das Ding wieder rausnehmen okay kommt da jetzt auch was raus oh eine schwarze Kugel? nein nein hier ehrt das Glück sicher das ist sicher ein technischer Fehler ein sehr wunderlicher da ist wohl wirklich nur die eine weiße Kugel drin na dann na dann eine schwarze Kugel? nein das ist sicher ein technischer Fehler ein sehr grundlicher ok ok da muss kein Kliebrik nichts auf Nutschimmer weiß Becher mit Aufdruck ok 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 kann ich die vielleicht da reinlegen ich dachte das ja gar nicht aufmachen eigentlich aber äh äh in der eigenen Zukunft voraus sagt passiert nicht viel ok ok ich schon die Besitzung da bist du da bist du da bist du hehehehe fast Brauchst du vielleicht eine Flasche? Geht so? Eine Flasche brauche ich nicht, so glücklich sein. Schade. Ich raff das nicht ganz. Ich verstehe nicht ganz, was ich mit der weißen Kugel jetzt soll. Soll ich vielleicht dafür sorgen, dass die weiße Kugel... Nichts. Ich glaube, hier wird keine Täuschung. Okay. Okay. Okay, jetzt kriegt noch nichts weiter. Aber was genau soll ich damit machen jetzt noch? Okay. Ach. 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 4 hoped. Ach. Ach... Ach. 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 Okay. Gut, okay. Meine überausdimensionale... ...mega schlechte Voraussagung bitte. Dankeschön. Glück, es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun können. Zum Glück.